Unsere Top Gebrauchte der Woche. LWXDR Modelljahr 2018, Erstzulassung in 2017 mit 3400 Kilometern. Vorne kleine Blinker montiert, hinten Kennzeichenplatte mit integrierten Blinkern und Beleuchtungseinheit. Wie immer zu unseren unschlagbar günstigen Konditionen unter hd-kohl.de. Beachtet auch bitte unsere attraktiven Neupreise für LWXDR Modelle. Für Die Flugzeugee Bedeutung Wird die Flugzeuge Wird die Flugzeuge Und gleichzeitig